Ihr habt euch dieses Video gewünscht. Nährstoffe, die vor allen Dingen für die Frauen enorm wichtig sind. Da sprechen wir heute über, eigentlich wollte ich fünf nehmen, aber es sind sechs geworden. Sechs wichtige Nährstoffe, die bei keiner Frau auf dem Teller fehlen sollten. Und damit ganz viel Spaß bei dieser Folge. Wir haben in einer der letzten Videos über zyklusbasierte Ernährung gesprochen. Ja, Ernährung, die angepasst an den Zyklus wirklich wahnsinnige Erfolge mit sich bringen kann. Wir haben auch schon über viele Ernährungsvorteile, was den Zyklus oder auch Beschwerden betrifft, hier gesprochen auf diesem Kanal. Schau dich gern mal um. Jetzt soll es wirklich explizit mal um so ein paar Nährstoffe gehen, die ich mir rausgepickt habe. Und dafür fangen wir an mit fast einem der wichtigsten Nährstoffe, die wir so zu uns führen können. Und das ist Eisen. Eisen, und das ist jetzt für die kommenden Nährstoffe auch wichtig, hat natürlich unfassbar viele Funktionen. Ob das für das Immunsystem ist, für die Nervenzelle etc. Ich picke mir natürlich hier explizit die frauengesundheitlichen Aspekte ein bisschen bevorzugt raus. Soll nicht heißen, dass Eisen oder Kalzium etc. aber nur diese Funktionen hat. Das ist schon mal vorweg gesagt. Frauen verlieren in den meisten Jahren ihres Lebens Monat für Monat Blut. Und mit dem Blut verliert ihr auch Eisen. Und Eisen ist enorm wichtig. Und wenn wir das stetig und immer mal wieder verlieren, dann haben wir früher oder später einen sogenannten Eisenmangel. Und das kann zu einer sogenannten Eisenmangelanämie führen. Müdigkeit, Erschöpfung, rissige Lippen, Immunsystem im Keller. All das können Symptome des Eisenmangels sein. Also sollten wir doch auf unserem Teller vermehrt eisenhaltige Lebensmittel finden. Und das betrifft vor allen Dingen Frauen. Und hier macht es auch durchaus Sinn, mal bei der Hausärztin, der Gynäkologin, wem auch immer, den Eisenspeicher und das freie Eisen im Blut zu bestimmen, um zu schauen, wie stehe ich denn eigentlich mit meinem Eisenhaushalt da. Auch wenn wir viele Funktionen so angerissen haben mit dem Immunsystem, den Nervenzellen, hat Eisen auch eine wichtige Funktion, was den Hormonhaushalt angeht und damit auch für die Reproduktion, also die Fruchtbarkeiten. Ausgeglichener, gut balancieter Eisenhaushalt ist also ganz wichtig. Und hier ist auch ganz wichtig, einfach blindlings Eisen als Supplement zu substituieren, kann mitunter auch nicht ungefährlich sein, auch für unsere Leber. Bedeutet, wie immer bei all den Dingen, wenn man einen Mangel hat, der nachgewiesen ist, im Blut etc., dann kann man den natürlich mit Supplements ausgleichen für eine gewisse Zeit. Ansonsten gilt für alle Nährstoffe, die wir heute besprechen, auch für Eisen, kann man wahnsinnig gut über die Ernährung substituieren, also auch aufnehmen. Und auch hier gibt es natürlich Empfehlungen, die offiziell sind, von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel. Und es ist auch wichtig zu unterscheiden, wo befinde ich mich denn als Frau, in welcher Lebensphase. Bin ich eine Frau, die noch eine Menstruation hat zum Beispiel, also U50, sagen wir mal, oder bin ich eine Frau, die schon in der Menopause ist, Ü50. Hier unterscheiden sich nämlich auch die Empfehlungen für Eisen. Bist du unter 50, sind es 15 Milligramm pro Tag Eisen, die du zu dir nehmen solltest. Für Frauen Ü50 sind das nur noch 10 Milligramm. Und das macht auch Sinn, weil wir haben schon gesagt, statistisch ist es schon so, dass man ab dem 50. Lebensjahr aufwärts weniger Blut verliert, beziehungsweise irgendwann versiegt ja die Periodenblutung. Und deswegen ist der Eisenbedarf auch ein bisschen geringer im Alter. Eisenhaltige Lebensmittel gibt es zuhauf im vegetarischen, veganen Bereich, ebenso wie im omnivoren Bereich. Hülsenfrüchte, Getreide, Haferflocken, Nüsse, Kerne, Samen, all das hat teilweise einen sehr, sehr hohen Eisengehalt. Und wenn man das regelmäßig eben zu sich führt, und ich spreche ja oft, dass es frisch, bunt und knackig sein sollte, da denke ich vor allen Dingen natürlich auch an die Nüsse, dann kriegen wir den Eisenspeicher auch gut gefüllt. Kleiner Hack, beziehungsweise Tipp, ja, du hast vielleicht auch schon mal gehört, mit Vitamin C-haltigen Lebensmitteln kann man vor allen Dingen pflanzliches Eisen noch besser, und zwar um das 3- bis 4-fache, die Aufnahme steigern. Das stimmt tatsächlich. Also wenn du morgens deine Schale Nüsse isst und dazu einen frisch gepressten O-Saft etc., irgendwas anderes, Vitamin C-haltiges zu dir nimmst, dann kannst du deine Eisenaufnahme um einiges steigern. Kommen wir zu einem meiner Lieblingsstoffe, Magnesium. Magnesium ist an über 300 enzymatischen Reaktionen beteiligt, ist enorm wichtig für die Nervenzellen, enorm wichtig für die Muskelkontraktion, für die Entspannung, für das Potenzial, das Membranpotenzial in den Muskelzellen, das einfach zur Entspannung führt. Extrem wichtig für das Immunsystem. Magnesium hat so, so, so viele ganz wichtige Aufgaben, dass wir auf jeden Fall immer an unseren Magnesiumhaushalt denken sollten und vor allem als Frau auch müssen. Magnesium hat enormes Potenzial, Krämpfe, Beschwerden während der Periode zu nehmen, zu lindern. Auch bei Migräne kommt es zum Einsatz. Magnesium ist auch wahnsinnig wichtig für den Schlaf, für das Stressmanagement. Also wir können hier unzählige Aufgaben aufzählen, was dieser kleine Stoff quasi bei uns bewirkt. Und deswegen sollten wir ja auch auf ausreichende Zufuhr achten. Empfohlene tägliche Zufuhr für Frauen sind 300 bis 350 Milligramm. Wo steckt überall Magnesium in ausreichenden Mengen drin? Wundert es dich? Nennen wir wieder die Hülsenfrüchte, die Nüsse, Bohnen, auch wieder Kerne, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne und alle Arten von Vollkornprodukten. Du siehst schon wieder diese Nüsse, schon wieder die Hülsenfrüchte. Macht ja tatsächlich Sinn, mal so ein, zwei Schälchen am Tag zu sich zu nehmen oder im Müsli all das schon mal zusammenzupacken morgens, dass du gut gedeckt bist über den Tag mit all diesen wichtigen Stoffen, die wir hier besprechen. Und auch hier wieder der Hinweis, solltest du einen Mangel haben oder mit deiner Ärztin oder deinem Arzt abgesprochene Symptome haben, nehmen wir jetzt mal Periodenschmerzen etc., dann kann man natürlich auch über Supplements sprechen. Omega-3-Fettsäuren, das hast du sicherlich mal gehört, oder? Omega-3-Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren, die 3er-Fettsäuren sind irgendwie die guten, die muss ich mehr essen, die 6er, die sollte ich irgendwie auch essen, aber nicht in so vielen Mengen, dass das Verhältnis gut ist. Genau, Omega-3-Fettsäuren haben extrem viele Vorteile. Sie sind nicht nur entzündungshemmend, sie sind nicht nur an der Immunreaktion beteiligt. Sie sollen Menstruationsbeschwerden lindern, Depressionen lindern und sollen für körperliche und geistige Gesundheit sorgen. All das kann Omega-3-Fettsäuren. Deswegen darf es und sollte es auch nie fehlen auf dem Tisch. Und hier ist es tatsächlich so, dass man auch über die Supplements sprechen kann. Gibt es als Öl, als Kapseln, vegan oder nicht-vegan? Also, bei Eisen haben wir schon besprochen, mal checken, wie so die Eisenwerte sind. Bei Magnesium kann man das auch mal machen. Unter uns selten, dass man einen ausgeprägten Mangel hat hierzulande. Das Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis, das kann man auch testen. Es gibt sogar Selbsttests, die man sich im Internet bestellen kann, um da einfach mal zu schauen, wie ist denn mein Verhältnis? Ist das in Ordnung im gesunden Bereich? Oder ist das Verhältnis ein bisschen verschoben? Hier also auch wieder klare Empfehlung. Mal checken, ob ich genug Omega-3 zu Omega-6 im Verhältnis habe. Was enthält viel Omega-3, wirst du sicherlich mal gehört haben. Die guten alten Leinsamen oder auch Hanfsamen oder auch Chiasamen sind eine gute Quelle für Omega-3, aber auch Walnüsse zum Beispiel. Dann, habe ich ja schon angesprochen, gibt es auch die Möglichkeit, das Ganze als Öl zu beziehen, als Algenöl oder auch Fischöl, Fischöl, wo viel Omega-3 drin steckt. Es gibt hier also wieder eine große Palette an Lebensmitteln, die Omega-3 enthalten, die du vermehrt auch mal in der Woche auf dem Teller haben solltest. Ob es der gute alte Lachs ist oder ob es eben der Teelöffel Leinsamen morgens im Müsli ist, das sollte auf keinen Fall fehlen. Wie ist die empfohlene tägliche Zufuhr? Da muss ich etwas schmunzeln, weil da sind die Angaben teilweise sehr widersprüchlich. Wenn man eine deutsche Gesellschaft für Ernährung wählt, dann haben wir teilweise niedrige Dosierungen als in manchen Studien. Der Fall ist, ob es die 250 Milligramm sind oder doch die 2 bis 3 Gramm pro Tag, ist ja schon ein himmelweiter Unterschied bei den Dosierungen. Aber tatsächlich kann man davon ausgehen, dass 1 bis 3 Gramm Omega-3-Fettsäuren pro Tag eine gesundheitsfördernde Menge sind. Vitamin D. Sollen wir das fast Vitamin D aufmachen? Vitamin D wird hoch und runter gepriesen. Es soll Krebs heilen, dann doch nicht. Es ist doch gefährlich, dann doch nicht. Was feststeht ist, dass Vitamin D wahnsinnig, wahnsinnig wichtig für unseren Körper ist und ein präventiver ausreichender Spiegel auch enorm wichtig ist für unsere Gesundheit und vor allen Dingen auch für Frauen. Denn Vitamin D, um mal das rauszupicken, ist ja nicht nur wichtig für unsere Knochengesundheit, sondern hat extremen Einfluss auf das Hormonsystem. So ist nachgewiesenerweise ein Vitamin D-Mangel oft vergesellschaftet mit Zyklusstörungen, ob das PCO-Syndrom ist oder auch anderweitige Zyklusunregelmäßigkeiten. Das liegt auch daran, weil Vitamin D oft als Vitamin bezeichnet wird, aber eigentlich auch als so eine Art Prohormon bezeichnet werden könnte. Da sieht man schon mal, wie besonders die Stellung von diesem Vitamin ist. Es kann zum Teil auch in den Zellkern gelangen und da direkt Auswirkungen haben eben auf die Gen-Synthese auf der DNA. Also Vitamin D-Spiegel in einer guten Menge im Blick halten ist ganz, ganz wichtig, vor allen Dingen in den Wintermonaten. Das ist also eine klare Empfehlung auch meinerseits, hier den Vitamin D-Spiegel auch mal bestimmen zu lassen. Wo stehe ich? Brauche ich irgendwie eine angepasste Ernährung? Oder muss ich tatsächlich auch supplementieren? Denn auch Vitamin D gehört zu den Stoffen, die eventuell zugesetzt werden sollten und können, wenn man denn einen Mangel hat. Und, das möchte ich auch nochmal vorwegnehmen, wir sprechen viel über Hormone, Zyklus etc. Frauen in den Wechseljahren, also in der Menopause, wo wir den Hormonmangel haben, den wir schon oft angesprochen haben und damit auch eben das Osteoporose-Risiko steigt. Für die ist Vitamin D und Calcium, was ich gleich noch anreißen möchte, extrem wichtig im Auge zu behalten. Hauptquellen für Vitamin D ist die Sonne, das Sonnenlicht, was auf unsere Haut scheint, macht Vitamin D. Ist also ein ganz spannendes Phänomen. Wir sind nicht unbedingt angewiesen auf Vitamin D über die Ernährung. Ist auch gar nicht so leicht, denn es gibt nicht so viele Lebensmittel, die ausreichende Mengen an Vitamin D enthalten. Ich liste sie hier euch mal auf. Gerade auch für Vegetarier oder auch VeganerInnen ist es extrem schwierig, auf ausreichend Vitamin D gerade in den Wintermonaten zu kommen. Wir haben es angesprochen, hier könnte es nötig sein, dass man supplementieren muss. Aber ja, in den Sommermonaten sieht es ganz gut aus. Hier können wir Vitamin D bilden und eben einen schönen Speicher auch aufbauen für die Wintermonate. Tägliche Empfehlungen sind die 800 Einheiten pro Tag, kommt immer so ein bisschen auch auf die Gegend an, wo man denn lebt und auch auf seine Gewohnheiten, wie man sich kleidet und damit eben auch auf die Religionszugehörigkeit etc. pp. Ist also gar nicht so leicht, eine Pauschale rauszuhauen an täglicher Empfehlung, denn es hängt von vielen Dingen ab. Deswegen auch meine Empfehlung, Vitamin D-Spiegel individuell bestimmen lassen, eventuell substituieren oder auch nicht. Nehmen wir Calcium noch schnell mit dazu, denn es hat ja für den Knochen und für die Knochengesundheit, Muskulatur, Nervenzellen, Hormonfreisetzung und die Blutgerinnung auch wichtige Funktionen. Und Calcium, ganz, ganz wichtig, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Vitamin D, so ein gutes Gramm pro Tag ist hier empfohlen. Calciumhaltige Lebensmittel werden dir wahrscheinlich doch häufiger über den Weg laufen, auch je nach Ernährungsgewohnheiten liste ich dir hier mal alles auf, wo überall genug Calcium drin ist. Seltener, dass man hier Calcium zuführen muss, da muss schon eine Erkrankung meistens vorliegen. Wir kommen mit unseren Lebensmitteln hier in unseren Ländern ganz gut aus mit Calcium. Dann habe ich mich entschlossen, statt fünf Nährstoffe doch eine sechste Nährstoffgruppe dran zu hängen und ein paar Vitamine noch zu besprechen und das sind die B-Vitamine. Warum wollte ich die unbedingt mit reinhaben? Erstens, weil sie sehr stiefmütterlich behandelt werden. B-Vitamine hört man immer so am Rande. Aber gerade für Frauen nach Pille absetzen oder auch wenn man die Pille nimmt oder aber auch wenn es hormonelle Probleme gibt, sind die B-Vitamine ganz essentiell. Ein B-Vitamin werdet ihr kennen unter einem anderen Namen. Folat oder auch Folsäure wird euch ein Begriff sein. Ganz, ganz wichtig bei der Zellteilung und deswegen auch vor und auch in der Frühschwangerschaft ein enorm wichtiges, wichtiges Vitamin, was man zu sich führen sollte. Aber es gibt auch noch andere B-Vitamine, B1, B6, B12 etc., die ihr vielleicht auch mal unter dem Begriff B-Vitaminkomplex gehört habt. Und ja, das ist wichtig zu wissen, weil diese B-Vitamine für sich alleine natürlich eine große Funktion schon haben, aber auch im Zusammenspiel sehr, sehr wichtig funktionieren. Weshalb du im Regal in der Drogerie bestimmt mal gesehen hast, hier Tablette XY als B-Vitaminkomplex. B-Vitamine, da gibt es acht wasserlösliche Varianten. Lass uns mal zwei rauspicken und das ist eben B9, Folat, Folsäure und B12. Gerade wenn du eine Pille nimmst oder auch die Pille abgesetzt hast, kann es wirklich sinnvoll sein, mal zu schauen, wie dein Folsäure, dein Folatspiegel oder auch dein Vitamin B12-Spiegel ist. Denn die verbrauchen sich tatsächlich, weil die Pille natürlich abgebaut werden möchte und das verbraucht eben ganz viele Elemente, unter anderem die B-Vitamine. Aber auch wenn du ganz, ganz viel Stress haben solltest, dich ausgelaugt fühlst, müde bist, dann macht es natürlich Sinn, all das Angesprochene heute auch mal checken zu lassen, allen voran Eisen. Aber man sollte eben auch an bestimmte B-Vitamine denken. Macht also durchaus Sinn, wenn du entsprechende Symptome hast oder einfach mal so einen Rundumschlag haben möchtest, diese B-Vitamine, allen voran B9, B12 und auch B6, bestimmen zu lassen, ob du da im ausreichend guten Spiegel bist. In den meisten Fällen, außer du bist Veganerin, bist du wahrscheinlich da im Soll. Bei Veganerin muss man auf das B12 ein bisschen achten, denn Vitamin B12 ist in wenigen pflanzlichen Lebensmitteln enthalten. Auch hier kriegst du noch mal eine Auflistung, wo B-Vitamine drinstecken und in welchen Mengen. Und gerade bei B12 finden wir einfach viele tierische Produkte. Weshalb diese Menschen, die sich entsprechend ernähren, aber das Ganze auch gut auf dem Schirm haben und sich regelmäßig testen lassen und eventuell substituieren. Sind wir wieder bei der Nahrungsergänzung, macht das Sinn, jetzt nicht einfach da blind links B-Vitamine reinzuschaufeln, sind ja wasserlöslich, die Niere schwemmt das ja alles wieder aus. Nein, auch hier macht es nur Sinn, einen Mangel auszugleichen über eine gewisse Distanz oder einen erhöhten Verbrauch auszugleichen. Wir haben es erwähnt, du nimmst die Pille oder hast extrem viel Stress, chronische Erkrankungen, dann kann es durchaus Sinn machen, auf den B-Vitaminkomplex zurückzugreifen. Summa summarum, du weißt jetzt vom letzten Video, zyklusoptimierte Ernährung, jetzt weißt du kritische Nährstoffe, die auf jeden Fall auf dem Teller sein müssten. Das zusammen gibt dir theoretisch natürlich einen unglaublich guten Halt, was deine Ernährung angeht, aber so richtig praktisch haben wir jetzt nicht viel besprochen. Was soll ich denn jetzt kochen, was soll ich mir zu essen machen? Da habe ich einen guten Tipp für dich, wie du schon am Beginn des Tages viel abgedeckt hast. Und das ist das sogenannte Flüsli, so habe ich es genannt. Ein flüssiges Müsli, was ich mir fast jeden Morgen mache, weil ich morgens nicht viel Zeit habe und ich natürlich schon mal alle Nährstoffe in mir haben möchte, gerade für den Start des Tages. Bei mir ist es auch sehr kohlenhydratreich, weil ich auch viel Energie erstmal brauche für die Arbeit und dann esse ich das lieber morgens als abends vor dem Schlafen gehen. Ein gutes Flüsli-Rezept morgens, gerade in Bezug auf Frauengesundheit, verlinke ich dir hier mal. Ich habe diverse Rezepte, aber dieses Rezept kann ich dir sehr, sehr empfehlen. Schmeckt gut und du hast erstmal alles aufgeladen, was wir hier soweit besprochen haben. Wenn dich noch ein Thema Ernährung in Bezug auf Frauengesundheit interessiert, schreib es mir einfach in die Kommentare. Macht mir sehr viel Spaß darüber zu berichten. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal und tschüss.